Hallo und herzlich willkommen zu SRK TV Markt. Zusammen mit der bekannten Expertin für Farb- und Materialkonzepte Juliette Baumgartner hat Zehnder aus den Bereichen Architektur, Interior, Design, Bad, Living, Oberflächen und Materialien fünf verschiedene Farbwelten abgeleitet. Das Farbweltsortiment umfasst The Sanctuary, Der Heilige Ohr, The Mysterical Home, Das Mystische Heim, Neogreen, Mother Earth, Mutter Erde und Monomaterial, Material Concrete. Ab Herbst 2021 ist jeweils eine Farbe aus jeder neuen Farbwelt verfügbar. Die kompletten neuen Zehnder Farbwelten sind ab 2022 erhältlich. Weitere Infos zum neuen Zehnder Farbkonzept gibt es außerdem unter dem eingeblendeten Link. Camo bringt das Planerhandbuch wieder zurück. Wegen der hohen Nachfrage wurde das Buch aus dem Jahr 2019 unverändert nachgedruckt. Das Planerhandbuch unterstützt Ingenieurbüros bei der Planung von dezentralen Wohnungsstationen. Das 204 Seiten starke Nachschlagewerk enthält nicht nur alle relevanten Daten, sondern gibt kompakte Antworten auf alle praxisrelevanten Fragestellungen. Mit dem Planerhandbuch enthält der Planer eine praxisgerechte Anleitung zur Vorgehensweise bei der technischen Auslegung von Strang- und Hydraulikschämen und elektrischen Verdrahtung von der Heizzentrale bis zu den dezentralen Wohnungsstationen. Das Planerhandbuch kann einfach gegen eine Schutzgebühr von 20 Euro unter folgendem Link bestellt werden. Safety First. Das Clou-Di bietet Temperaturbegrenzer für Thermostatarmaturen und schützt vor Verbrühungen. 17 Modelle seiner Thermostatarmaturen für Wanne oder Dusche lassen sich mit wenig Handgriffen optional mit einem Temperaturbegrenzer ausstatten. Dieser ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Der Begrenzer lässt das Wasser nie heißer als 43 Grad werden. Damit ist komplett ausgeschlossen, dass es zu Verbrennungen kommen kann, weil aus Versehen der Heißwassersperrknopf gelöst worden ist. Ideal sind die Modelle für Anwendungen in Hotels, Pflegeeinrichtungen und überall dort, wo Sicherheit besonders groß geschrieben wird. Mehr Infos erhalten Sie unter dem eingeblendeten Link. Solid Power bietet ab sofort mit der BlueGen-Reihe für Privatnutzer maßgeschneiderte Brennstoffzellengeräte. Betrieben werden die Geräte mit Erdgas, Methan und Wasser, sind aber bereits wasserstoffready und damit gerüstet für 100% Klimaneutralität. Die Home Edition des BlueGen BG15 ist einfach in der Installation, nicht größer als ein handelsüblicher Kühlschrank und zudem Verschleißarm. Das Mikro-Kraftwerk produziert bis zu 8.700 kWh Strom im Jahr. Im Vergleich, der BlueGen BG15 produziert bis zu 13.000 kWh. JRG SunnyPax MT feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Aus gegebenen Anlass veranstaltet GF Piping Systems bis zum Ende des Jahres zum dritten Mal den SunnyPax World Cup, bei dem sich die besten Sanitärinstallateuren und Installateure an der Wettkampfwanden messen. Aufgrund der Corona-Pandemie touren mehrere Mottoanhänger durch Europa und suchen den besten Installateur. In Deutschland startet der SunnyPax World Cup am 2. September. Anmelden können Sie sich unter dem eingeblendeten Link. Ja, liebe Zuschauer, das war's auch von der Marktsendung. Morgen geht's hier weiter mit den SRKTV-Nachrichten. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017